moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zum weiteren folge beyond the steel sky letzten folge haben der reginald ein gedicht geklaut beziehungsweise irgendwas was er vortragen wollte in der gala und das wollen wir jetzt bringen in deren roboter nämlich auch was vortragen hat keine einfälle aber wir haben die einfälle und dadurch dass wir ihm jetzt helfen gibt er uns zutritt zu dieser ambition skala das machen wir jetzt die monopods auf der reise und auf und weg und kudos wir würden da nur reinkommen wenn er mich natürlich genug kudos gesammelt hätten haben wir natürlich nicht aber mit ihm hier kann es was werden es gibt es nicht mehr gar nicht politisch ist meine quästchen musik zu starten hallo again gott der master grund die mir nicht mehr zu tun ein paar jüssen inspiration bravo so und für was so ist es in der last place you look mit der kärche zu share absolut hier you go Hm. If by that you mean hand me a ticket to the gala, then yes. One does indeed. Thank you, Tarkin. And best of luck at the performance. No, sir. Thank you. This will be a night to remember. Oh, there is one small issue, sir. What's that? I do believe your attire is somewhat inadequate for the soirée this eve. Perhaps I can find something for you. That would be most appreciated. Okay. We really have a couple of clothes. Look at the clothes. Probably this is the party clothes. Let's take a look. Wow. Wow. Das sieht mal richtig süß aus. Gut. Können wir mit unserer Frau noch mal reden? Müssen wir jetzt gar nicht. Gehen wir mal hin. Machen wir trotzdem mal. Hä? Ich dachte, hier wird jemand reingeraten. Ach, das wird auch wieder da. Gut. Oh, dann werden wir zu dieser Gala mal gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon los geht, aber wir probieren es mal. Hallo. In diesem Anzug möchte ich nicht die Treppen gehen. Ich möchte nicht schwitzen. So. Da. Gucken wir mal, was er sagt zu uns, wie die aussehen. Ja, ja. Du hast da recht, das ist. Das ist schuldig. Kein Tag, der maß. Guten Tag, Mastr Grönny. Wie, du bist du? Tarquin, Fidelis Mark II, Domestik Savant. Also, du bist servant. So, ja, das ist ein servant. Savant, bitte. Ich bin ein sehr territoriale 지원er characteristics. So. Na, Tarquin. Na. So, dann können wir direkt zur Gala eiern. Natürlich gar nicht so schlecht. Oh, wer ist sie denn? War klar, Zwischensequenz. So, eine Frau. Na klar, gehen wir zusammen hin, als Pärchen. Die Aspiration-Gala, ist nicht es wunderbar? Es ist wirklich. Ich habe so hart gearbeitet für diesen Moment. Du hast es nicht für mich. Das wird unser bestes Gehäuert. Natürlich. Super rauschend aus, ne? Unbetrieben, oder? Das Feuerwerk der ganze Zeit? Was sind die oberen 10.000 da oben sind, oder was? Nein. Okay. Okay. Machen wir mal Häppchen. Es war ziemlich lecker, aber ich war in der Party, um Antworten zu finden, nicht Snacken. Es waren wirklich fancy Sandwiches. Die Krusten wurden zerbrochen. Ich habe das Sandwich an ihre Freunde zurückgegebracht. Als Quests gehen, wäre es schuldig. Wir sind zwischen uns und das Volk. Oder die Party-Mission. Es sind bestimmte Bereiche, wo bestimmte Leute reinkommen, oder was? Wahrscheinlich. Oh, das ist Alonso. Ich bin sehr entschuldig, Mentor Alonso. Ich weiß nicht, was passiert. Es wird nicht tun, Astrid. Es wird nicht alles tun. Das ist die Aspiration Gala, nachher alles. Ja, Herr, natürlich. Ja, natürlich. Und du sagst, du glaubst, dass der Feuerwerkprojektor aufgerüstet wurde? Ich bin nicht ganz sicher, aber es funktioniert perfekt während der Rehearsal. Oh, ja, Herr. Und du wirst nicht weitergehen? Du wirst nicht weitergehen? Du wirst nicht weitergehen? Du wirst nicht weitergehen? Nein. Du wirst nicht auf mich sein. Du wirst auf mich sein. Nun, zurück nach Arbeit. Ich bin sehr interessiert. Ich bin sehr interessiert, wenn ich mehr wissen, was du genau wisst. Das war's. Ich habe mich gefragt, wenn du etwas etwas passiert hast, bei der Party vertreibung hast. Das war's. Was? Es ist wie? Du wirst nicht. Du wirst nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Herr Grunde. Ich muss mich warnen, wenn du eine gewisse Statistische Behörde, du wirst es dann im Bereich das Relevent-Auford. Das war's. Entdeckt. Es tut mir, Mentor Alonso. Was er gesagt? He loooves her. I'm here to supervise everyone's well-being. Like Officer Arana? Officer Arana was in charge of the preparations. I'm here to make sure the event itself runs smoothly. Sounds like a tough gig. It won't be. Things never go wrong in Union City. Enjoying the party? The Aspiration Gala never fails to put a smile on my face. And I look forward to Reginalds poetic display with undiluted pleasure. His past efforts have always been so amusing. Bye. Enjoy the Gala. You know what, Foster? There's something funny about but it's all. Hey Raquel, good to see you. Sir, and you are... Graham Grundy, remember? Have we met before, Sir? It was odd. She really didn't recognize me. Well sure, at the apartments. You nearly fell? No, I'd definitely remember something like that, don't you think? Anyway, I see you've got your ticket, but... But? This is a general entry ticket, not a VIP ticket. Of course not. I'm afraid that you don't have access to this area. I'm so sorry. Enjoy the rest of the Gala. I had no need to enter the VIP section. I was here for the secret meeting. Foster, Lord of advice. Never trust a guy with big eyebrows. Okay, what can we do now? Also, the projector is there. I don't always say anything, just a society, with firewood parts. I don't know why I say it. Just making conversations. I'm getting into the room. I'm getting into the room. I'm getting into the room. da irgendwie manipulieren das machen wir jetzt auch so also wir haben da oben ein feuerwerk technischen superpreisige feuer ist natürlich mit irgendwas anderem vertauschen was gibt es dann hier ich habe das ding da unten auch noch projektionsroboter ist da hier ist nichts besonderes haben wir schon probiert klappt ja nicht vielleicht finden wir noch etwas anderes wo wir das tauschen können da muss man natürlich zwei drei sachen finden holo-wärmung prächtiges feuerwerk prächtiges feuerwerk ist da oben irgendwas was wir nutzen können weiter mit runter bekommen ok wir gehen mal gott Mach mal so. Das kann man natürlich verändern, dann geht ein Alarm los. Ich weiß nicht, dass jemand das Ding benutzt, aber bringt das was? Ich weiß es nicht. Das ist doch kein Alarm los. Das ist doch nicht so richtig. Wie können wir das denn zum Ablenken bekommen? Was müssen wir denn machen, ist die Frage, ne? Wir müssen ja diesen Projektor da irgendwie... Also, Projektor zeigt das Feuerwerk an. Wir können aber auch den Ambitions-Tag da reinpacken. Dann zeigt er das ja nicht mehr an, aber nicht verkehrt. Jetzt zeigt der Projektor auch auf jeden Fall keinen... Jetzt zeigt er hier gar kein Ding mehr an. Hä? Wie kann man das denn verhindern? Ich zeig dir jetzt gar kein Feuerwerk an. Kann ich jetzt reingehen zu ihr und sagen, das Feuer-Dingsbum spinnt? Wie geht das denn jetzt? Jetzt ist er ja kein Feuerwerk mehr, ne? Jetzt haben wir ja die Werbung da reingeladen. Müsste jetzt ja eigentlich funktionieren. Dann sagen wir jetzt zu ihm mal, dass er spinnt. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Du und ich haben eine sehr unterschiedliche Idee von Wrong. Sie funktionieren gut. Das ist alles. Was ist denn? Was ist denn? Das ist nicht nur ein paar Worte? Was ist denn ein paar Worte? Ich habe die Feuerwerk an, aber die Anwälte nicht so sehr bemerkt. Ich brauchte etwas mehr Schmerz, wenn ich die Techniker ausfragen. Okay. Also, Alarm. Oh, gut mal. Oh, jetzt gibt's Stress. Huch. Hier bräuchten wir irgendwie gar nichts. Ach da, warte mal. Schädlingswarnung. Ähm. Warte mal. Ist das jetzt egal? Können wir die Schädlingswarnung jetzt da rüberschicken? Äh. Die Schädlingswarnung war nun da, okay. Können wir die mit zum Projektor runternehmen? Ah, okay. Warte mal. Vielleicht geht das ja... Ne. Da steht Ambitionstag. Hä? Ja. Da steht. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wirklich eine Schande. So, und wir können jetzt theoretisch auch in den Raum da rein. Sie ist jetzt runtergerannt, vielleicht kommen wir ja dann hoch jetzt. Würde Sinn machen, oder? Na, guck mal, zumindest die Fahrschule da. Zack. Oh. Du denkst, wenn ich in einer Stadt steigte, würde ich mir selbst ein bisschen Elevator-Musik, hm? Das hätte sein, wo die schadowige Figur von kamen. Gut, schauen wir mal nächstes Mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss. 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 Vielen Dank.